Herzlich willkommen, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Wir machen jetzt einen Versuch, den Versuch Temperatur 2, das Wasserthermometer. Und dazu begrüsse ich den Wetterfrosch. Quark miteinander. Wir haben hier einige Materialien. Das sind alles Materialien, die man in der Wettbox finden kann. Diesen Ellenweinkolben, ein Glasrohr mit einem Pfropfen und auch noch Lebensmittelfarbe. Die Lebensmittelfarbe brauchen wir, damit man das Wasser ein bisschen besser sieht. Und jetzt bitte ich dich, mir zu helfen. Gerne. Und zwar hier ein bisschen Wasser einzuschütten, etwa 2 cm hoch. Das ist noch eine Aufgabe, das kann ich, glaube ich. Sehr gut, das genügt. Dankeschön. Und jetzt gebe ich ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu. Viel braucht es nicht. Einen einzigen Tropfen genügt bereits. Also, jetzt vermische ich das Ganze, damit das Wasser grün aussieht. Aber das ist immer noch Wasser da drin, da ändert sich nichts am Ganzen. Man sieht es einfach nur besser. Das ist der einzige Unterschied. So, jetzt setze ich den Zapfen drauf, drücke ihn gut fest. Und im Tropfen ist ein Glasrohr. Und jetzt ist die Luft hier abgeschirmt, die kann also nicht mehr entweichen. Mhm. Jetzt ist die Frage, was geschieht, wenn man das Ganze erwärmt? Vielleicht kannst du das mal ausprobieren. Ja, wenn ich das erwärmte. Ja gut, ich mache es einmal. Muss ich da lange warten? Ja, da geschieht ja gar nichts. Aber du bist ein Kalbblüter, deswegen geht es nicht. Meine Hände, die haben 37 Grad. Nichts geschieht bei mir. Aber meine Hände, die haben 37 Grad. Und wenn ich jetzt das berühre, geschieht etwas. Kannst du es sehen? Nein. Okay, schau näher hin. Äh. Hast du Fieber? Nein. Das Wasser und die Luft im Erlenmaierkorb erwärmt sich. Wenn sich etwas erwärmt, dehnt es sich aus. Und deswegen wird das Wasser in die Höhe gedrückt. Ja, ich sehe es. Ja. Was wir jetzt aber nicht wissen, ist, ob sich das Wasser oder die Luft da drin stärker erwärmt oder nicht. Oder stärker ausdehnt. Das können wir jetzt leider nicht sagen. Ja, wahrscheinlich ist es das Wasser. Oder vielleicht auch die Luft. Ja. Weisst du? Weiss es nicht. Weiss es nicht. Vielleicht kannst du dir überlegen, wie man das herausfinden könnte. Also, zum Beispiel, könnten wir jetzt diesen Behälter da einfach auffüllen mit Wasser. Dann ist fast keine Luft drin. Und dann könnten wir versuchen, ob sich das Wasser ausdehnt. Das ist eine gute Idee. Ach, bin ich gut. Ich nehme den Tropfen weg und du kannst ein bisschen Wasser nachschütten. Ja, mache ich gerne. Das Wasser ist immer noch grün. Ja, das reicht. Ach so. So. Jetzt setze ich den Tropfen wieder drauf. Und jetzt könnte ich das Ganze erwärmen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ach, schade. Wir lassen das die Schüler machen und Informationen dazu gibt es auch im Begleitheft zu diesem Versuch. Viel Vergnügen damit.